so zapp zapp meine freunde wir haben hier wieder mal was richtig geiles gefunden wir haben hier einmal ein dell pc gehäuse gefunden fostro 200 das da weiß ich nicht aber es sind reine gehäuse da ist jetzt außer ein dvd-laufwerk ist da nichts drin das ist komplett leer aber ich meine wer schmeißt so was auf die straße oder auf den mell echt nicht verständlich jetzt schauen wir uns mal wie die drinnen etwa aussehen so da haben wir das erste gute stück schon mal aufgemacht und was finden wir da drin wir finden einmal ein belüftungs kanal dann das sind noch die alten kabel das ist aber kein nicht für den hdd hdd glaube ich anders aber egal was da noch drin ist da haben wir einen cpu lüfter also mainboard alles andere wurde anscheinend rausgebaut und das was sie nicht mehr bräuchten haben die einfach drin gelassen und dazu zählt natürlich der dvd-laufwerk das ist schon die neuere dvd-version nicht mehr diese alten breitenanschlüsse dann haben wir noch ein diskettenlaufwerk ich glaube sogar diese dvd-laufwerk wurde nachträglich eingebaut weil wenn wir genau hinschauen hier werden normalerweise diese schrauben verwendet und hier sind ganz andere schrauben und daran kann ich schon erkennen dass dieses laufwerk nachträglich eingebaut wurde schön wäre es wenn natürlich noch netzteil da gewesen wäre weil netzteile kann man auch noch gut verschärbeln ja aber so sieht das ding auf jeden fall von drinnen aus das ist der erste jetzt machen wir gleich den zweiten auf und schauen uns mal an wie der zweite aussieht so da sind wir auch schon wieder bei dem zweiten pc gehäuse den ich die beiden auf der straße neben der mülltonne gefunden habe ja da haben wir hier das ist ein halterung wahrscheinlich weiß ich nicht wie die jetzt genau da hinkommen dann haben wir hier wieder einen lüfter das ist auch so eine halterung und dann haben wir hier wieder ein dvd-laufwerk muss man halt noch testen ob die dings funktionieren oder nicht und wenn wir hier hinschauen hier sind so ziemlich die gleichen schrauben also dieses laufwerk war schon da drinne in diesem pc ja schade halt dass da nicht mehr drin ist aber ich bin auch damit zufrieden zwei pc gehäuse kostenlos auf der straße gefunden besser kann es ja nicht gehen und irgendwie weiß ich nicht finde ich ständig irgendwelche sachen ich kann mich nicht beschweren wer es findet der darf behalten wollte ich mal mit meiner community hier teilen das ist das letzte gute stück das ist eigentlich hier meine ich weiß nicht ob ihr den mal von innen sehen wollt dann habe ich auch mal zusammengestellt unter 100 euro was heißt unter 100 ein bisschen mehr haben wir darin gesteckt aber sehr guten pc frei sehr wenig geld so dann bis zum nächsten mal leute